Weil die Margot-Panzer fahren natürlich auch nicht sehr schnell. Oh, da haben sie auch so ein Fluggebäude. Ich glaube, das macht die Knoten auch mal kaputt. So. Weil die hätten denn hier mal Gebäude halt. Aber gegen Flugseinheiten sind es natürlich zu wecken gesichert gewesen. Das ist natürlich nicht schlecht. So. Mission erfolgreich. Ich hatte gesagt, eigentlich wollte ich alle Bodesteile holen. Aber das wäre jetzt, wir haben 22 Minuten dafür gebraucht. Das sind schon fast 1,5 Parts. Und dann andere wären dann auf 30 Minuten mindestens hochgegangen. Ich weiß, ob wir kriegen jetzt... Ähm... Ja, nicht erhalten eigentlich. Zwei Geheimdiensteinträge auch nicht entdeckt. Naja, was soll's. Unbestätigte Berichte über den Einsatz von Massenvernichtungswaffen beunruhigen verständlicherweise die Menschen hier in Vancouver. Aber wie wir gerade gehört haben, konnte diese Gefahr in Nordafrika durch eine Reihe mutiger GDI-Angriffe gebannt werden. Nod-Einheiten wurden in der Region zurückgedrängt. Wie wir allerdings auch erfahren haben, nähern sich Nod-Verbände inzwischen Sarajevo. Es wird sogar spekuliert, dass heimlich ein neuer Nod-Tempel errichtet wurde unter den Ruinen des alten Tempels, der im Ersten Tiberiumkrieg zerstört wurde. Tut mir leid, aber ich betone, dass ich noch keine zuverlässigen Informationen über den Tempel in Sarajevo habe. Das haben Sie vom Kasabat-Labor auch gesagt. Aber offensichtlich hatte schon irgendjemand diese Informationen. Offensichtlich. Aber ein simpler Kommunikationsfehler ist doch kein Grund für eine kontroverse Situation. Die Situation wurde bereinigt. Das versichere ich. Direktor Beut, also Arme! Direktor Beut, also Arme! Erster Beut! Heißt das, Sie treffen ab sofort alle strategischen militärischen Entscheidungen? So etwas nennt man voreilige Schlüsse ziehen. Hören Sie, werde ich etwa entscheiden, wie viele Panzer wir einsetzen oder welche Raketen wir abfeuern, welche unsere Tarnfarbe sein wird? Natürlich nicht. Aber ich werde ab sofort an allen wichtigen Entscheidungen beteiligt sein. Nein. Glauben Sie mir, Nord wird ernten, was es gesät hat. Mr. Boyle hat in einem Punkt recht. Nord wird ernten, was es gesät hat. Die Saat der Vernichtung der GDI. Rechtschaffenheit kennt nur eine Loyalität. Die mit den Unterdrückten. Mit unserer heiligen Bruderschaft, den Erben dieser ruhmreichen Tiberiumwelt. Seht zum Himmel, meine Kinder. Im Osten beginnt ein neuer Tag. Jene, die glauben, werden erlöst werden. Akt 3. GDI Oberkommando Washington DC, Blauzone B2. Stationen brauchen mehr Präzision. Wichtigstes Ziel ist die Zerstörung des Nord-Tempels. Nein, das kommt nicht in Frage. Das hat uns bisher schon zu viele Leute gekostet. Vergessen Sie bitte diesen verdammten Tempel. Mag vielleicht sein. Aber ich glaube einfach nicht, dass wir aus diesen Verlusten bisher nichts gelernt haben. Unsere Truppen sind viel zu schwach. Wir können uns keine Lehrstunden mehr leisten. Wir können uns nicht mehr leisten zu zögern. Keynes Rede hat das deutlich gemacht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die GDI braucht einen überzeugenden Sieg, damit die Medien endlich mal zufriedengestellt werden. Und ich für meinen Teil. Habe vollstes Vertrauen, dass unser Commander das schaffen wird. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Ja, Sir. Diese Mission ist vorsichtig ausgedrückt keine gute Idee. Wenn Sie sich darauf einlassen, sollten Sie von einem gesicherten Brückenkopf aus operieren. Kersi wird mit Ihnen die richtige Strategie durchsprechen. Viel Glück. Im Zweiten Tiberiumkrieg errichteten wir eine vorgeschobene Basis in Kroatien. Sie steht unter schweren Beschuss von Nord. Aber wenn Sie sie sichern können, schicken wir Verstärkung, um unsere Position in der Region zu festigen. Wenn uns das möglich ist, können wir Nords Nachschub unterbrechen und wir können Keynes Versteck in Sarajevo ausräuchern. Viel Glück, Commander. Halten Sie durch. Okay. Ich glaube, das ist die Mission, die ich meinte. Kroatien. Halten Sie die Volksschule und G.I. Basis in Kroatien bis Versteckung eintrifft. Tja, Commander. Sie sind im Gebiet von Nod. Passen Sie auf sich auf. Unsere Basis in Kroatien hat Probleme. Nod hat die Kraftwerke sabotiert und unternimmt einen Angriff nach dem anderen. Halten Sie vor Ort die Stellung. Wir schicken Ihnen umgehend mit einem MBF Verstärkung. Also, zu der Mission, wo der ganze Kram hier aufgebaut ist. Kroatien DJI hat in Kroatien eine vorgeschobene Basis. Allerdings ist sie von den Versorgungslinien abgeschnitten und steht unter schweren Beschuss. Das Energieniveau der Basis ist niedrig und der Bauhof wurde bereits zerstört. Außerdem hat die Basis kaum Defensivsysteme. Wir nehmen Sie die Basis und halten Sie dort die Stellung, bis wir Verstärkung schicken. Spielen. Empfange Nachricht. Das Energieniveau Ihrer Basis ist niedrig. Weisen Sie den Defensivsystem Energie zu, um Nod abzuwehren. Neues Bonusziel. Basisverteidigung offline. Ach so, ja, ich weiß. Geheimdienstdaten aktualisiert. Völf Minuten dürfen wir jetzt aushalten. So, wir haben aber genug Folie. Wir müssen erstmal unbedingt alles reparieren. Wird repariert. Wird repariert. Wird repariert. Wird repariert. So. Wird repariert. Weil wir können ja nicht unbedingt... Initialisiere Video-Uplink. Guten Tag, Commander. Etwa verlaufen? Hier ist nicht Ihre wertvolle blaue Zone. Das Gebiet gehört uns. Ich sag Ihnen was. Ich lasse Sie durch meine Truppen heimschiffen. Und zwar mit den Füßen voran. Ja. Wir haben ja hier mit dem tollen Blitz können wir ja hier die... ...Gebäude online. Gebäude online. Gebäude online. Gebäude online. Und irgendwann sind hier keine mehr. Einheit verloren. Ähm. ...Gebäude offline. Gebäude online. Und da müssen wir ihn halt jetzt immer ganz geschickt hin und her switchen, um halt diese Verteidigung noch 3 Minuten 40 zu halten. Oh shit. Gebäude offline. Gebäude online. Unsere Basis wird angegriffen. Aber leider stehen die auch, was weiß ich, wie weit weg. Gebäude offline. Gebäude online. Gebäude online. Gebäude online. Gebäude online. Feindliche Einheiten in sich. Einheit wird angegriffen. Wird repariert. Breiter, breiter, breiter. Panzerdivision offen. Das ist natürlich dann blöd, wenn die halt so weit weg stehen, dass man dann nicht ankommt. Gebäude offline. Gebäude online. Zu wenig Energie. Verdammt, verdammt, verdammt. Gebäude offline. Gebäude offline. Unsere Basis wird angegriffen. Verdammt, verdammt, verdammt. Weil man produziert eigentlich auch nur... Großartig jetzt. Ausbildung. Nur zum Reparieren. Einheit wird angegriffen. Gebäude offline. Gebäude online. Gebäude offline. Gebäude online. Einheit verloren. Gebäude offline. Oh, verdammt. Gebäude online. Gebäude online. Gebäude online. Gebäude online. Gebäude online. So. Oh. Oh shit. Zielbeständige Einheiten in sich. Unsere Basis war angegriffen. So, Pitbull. Fahr mal ein bisschen dichter. Einheit befördert. Einheit wird angegriffen. Gebäude online. Ja, leider ist der Radius nicht so schön weit nach hinten. Feind anvisiert. Gebäude offline. Ausmachen. Ich hatte die Einheit auch ein bisschen schwebt. Einheit wird angegriffen. Anzerdivision. Unsere Basis wird angegriffen. Ausbildung. Creditor kampfbereit. Einheit wird angegriffen. Gebäude online. Gebäude online. Gebäude online. Das war so. Den können wir auch noch anmachen. Creditor bereit. Das war es denn noch schon hier für den. Einheit wird angegriffen. Können wir da noch reparieren. Wird repariert. Wird repariert. Sammler wird angegriffen. Wie war die Sammler wird angegriffen? Das denn? Unsere Basis wird angegriffen. Gebäude online. Gebäude offline. Gebäude offline. Gebäude online. Los schießt doch jetzt noch. Passt. Eigentlich über 16 noch. Ich würde gerne mal wissen, wie lange gehe ich jetzt schon auf dem Bier. Auf Empfang. So, macht den mal kaputt. Gut. Aber ich habe hier noch an. Friedliche Einheiten in Sicht. Wird repariert. Wird repariert. Gebäude online. Gebäude offline. Konservatis wird angegriffen. Gebäude online. Wird wohl. Wenn zu allem bereit. Fahr mal drüber. So. Mein Blitz mal wieder fixen. So. Simon. Ja, 6,9 Sekunden. Natürlich haben die wieder so eine Range. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Wo denn, wo denn, wo denn. Achso. Sammler wird angegriffen. Was? Unsere Basis wird angegriffen. Oh, ich darf hier bloß halt keine verlieren. Erwartet. Befehle. Panzerdivision ausrücken. Panzerdivision. Schicken wir auch mal rüber. Ausbildung. Darf mal bauen wir nochmal zwei. Verstärkungen eingetroffen. Bauen wir mal ein Mittelchen. Einsatzziel erreicht. Passt. Einheit wird angegriffen. Bonus Ziel erreicht. Hui. Hey, sogar mit allen Verteilungsküren. Feindliche Einheiten in sich. Unsere Basis wird angegriffen. Das ist auf jeden Fall mal schon mal ein Speichern wert. Ganz klar. Weil ich glaube, mit... Ich habe es immer nur mit Verlust geschafft auf normalen. Straße blockiert. Nehme Alternativroute. Ja. Feindliche Stützung in sich. Predator bereit. Jetzt muss ich natürlich jetzt so weit bauen, da hinzukommen. Commander, wir sehen, dass hat in einen Hinterhalt geraten. Schicken Sie Verstärkung. Ja. Die Verstärkung werde ich jetzt schon... Initialisiere Video ab Link. Der MBF Verstärkungskonvoi steckt fest. Er wird von Nord-Truppen aufgehalten. Helfen Sie ihn, Commander. Empfange Nachricht. Zerstören Sie die Nord-Barrikade, die unsere Verstärkung in der Stadt aufhält. Ja. Einheit wird angegriffen. Was ist denn, wer ist der Zweite? Gebeutelung. 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 Die Entsatz-Truppen der TDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um Ihnen zu helfen. Ausbildung. So. Bautenfahrten, macht man so. Hier macht man so. Weil ich muss jetzt wirklich irgendwie... ...zu kleinere Einheit wird angegriffen. Unzureichende Mütte. ...und haben. Unsere Basis so, dass ich da angreifen kann. Aber meine Basis trotzdem noch so gesichert ist. Ja, der Weg ist zwar nicht weit, aber... ...die Entsatz-Truppen der GDI stehen unter Beschuss. Oh, der Turm ist schon hier. ...wird repariert. Sind bereit. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in sich. Feinkontakt. Ich glaube nämlich nicht, dass ich das mit zwei schaffe. Unsere Basis wird angegriffen. Oh, was? Verdammt. Die Entsatz-Truppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in die Norden der Stadt, um Ihnen zu helfen. Gebäude offline. Gebäude verkauft. Zeigt Ihnen den Knoten auch noch verkauft. Einheit wird angegriffen. Pitbull, komm mal fix rüber. Mach die Mafics kaputt.